Es gibt einen Satz, der in vielen meiner Filme vorkommt. Ich liebe dich. Oder auch, Schatz, ich liebe dich. Aber wissen Sie, was für mich im wirklichen Leben viel überzeugender klingt? Wenn meine Frau zu mir sagt, Schatz, bitte geh zur Darmkrebsvorsorge. Denn dann weiß ich, dass ich hier wirklich wichtig bin. Wer seinen Partner liebt, schickt ihn zur Darmkrebsvorsorge. Denn schon nach 20 Minuten haben sie wieder Zeit für die schönen Dinge des Lebens.